Im Namen Gottes, der dich als Motorradfahrer schub, im Namen Jesu, der dir zeigt, dass Lebensfreude was anderes ist als Rücksichtslosigkeit und im Namen des Heiligen Geistes, der dich lächelnd sieht, auch wenn dein Visier geschlossen ist. Liebe Weichergemeinde, vor mir ist der Gabentisch von Erntedank zu sehen und auf dieser Seite das Helmkreuz, was wir immer hinlegen in unsere Gottesdienste, was uns erinnert an die tödlich verundrückten Motorradfahrer. Dieses Fest heißt Erntedank, aber dieses soll nicht Ernteklage heißen, sondern auch jeder, der von uns zu früh gegangen ist, ist ein Mensch in unserem Leben, für dessen Dasein wir Danke sagen, auch wenn wir es unter Tränen tun, denn die mit Tränen sehen, werden gesegnet sein. Wir haben uns in der Vorbereitung das Thema Abschied ausgesucht. Heute soll es um Abschied gehen. Es gibt persönliche Worte dazu von unterschiedlicher Seite, es gibt Lieder, die bei Beerdigungen gespielt wurden von Leuten, die auch aus der Band jemanden verloren haben, also ganz dicht dran sind wir musikalisch. Wir hören nachher nach dem Verlesen der Namen, you raise me up und unsere Bewegung wird aufgenommen in die Bewegtheit der Musik. Wir sprechen gemeinsam das Vaterunser. Das sind Worte, die uns Jesus hinterlassen hat, quasi als Abschiedsworte, die wir weiterfinden sollen. Dieser ganze Gottesdienst, alles was wir zusammengetragen haben, das ist keine Show für euch, sondern das feiern wir miteinander so authentisch wie wir können. Und lasst mich jetzt noch eine Ansage machen, zu diesem Lied, you raise me up, wird das Kollektenkörbchen wieder durch die Reihen gereicht werden und wir sammeln für die Durchführung dieser Veranstaltung und für unser Spendenprojekt für das Kloster in Velliburg, Albanien. Gemeinsames Lied, wir haben Gottes Schwung und Fest gespielt. Amen. Amen. Amen.